Du solltest mal... Hast du schon einen Termin beim Friseur? Das wollten wir noch kurz besprechen. Ja, ich wusste, dass du das auch noch ansprichst. Ich bin auch nicht zufrieden. Ich gehe auch zum Friseur. Versprochen. Gut, dann freuen wir uns in Hamburg, wenn es gegen die Niederlande geht, im November auf einen neuen Haarschnitt von Oliver Kahn. Wir wünschen Ihnen einen...